Ruf von Sanctuary als freundlich statt sein verdient. Peng, peng, so weit der Bursche hart. Oh, du sein Kammerjägersmann? Ruf von Sanctuary als freundlich statt sein verdient. Hä? Du, du bist kein Bier. Du hast mich an der Bar angestanden. Willst du mich aushauen? Du hast mir gar nichts. Wenn ja, dann mach hin. Ich hab dich auch angestanden. Ich hab nämlich noch was vor. Hi. Nein, ich fahr heute nicht mehr. Nichts für ungut, aber du bist nicht mein Typ. Außerdem bin ich noch schlecht drauf, weil meine Frau tot ist. Brauchst du irgendwas? Nichts für ungut, aber du bist nicht mein Typ. Ein Duel. Du willst? Außerdem bin ich noch schlecht drauf, weil meine Frau tot ist. Wo sein Kammer? Ich wünsche, machen viele Bilder. Hallo, ich sage. Wie sage, Packchen? Waffe von dir sehr beeindruckend. Ich schmerzlich neidisch und hoffentlich nix mehr Taufer. Ah, Tundeckwaffe. Ha, nur witzig. Ich möge Waffe. Bitte entschuldigen artisch sprechend Sachen, wo kommen aus meinem Mund im Gesicht zu sagen dir. Wo sein Kammer? Ich wünsche, machen viele Bilder. Du wissen, wo sein Moxie Andermops Palazzo? So weit, der Bursche hart. Ich möge n' Waffe. Wie sage, Packchen? Das sind die 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 Untertitelung des ZDF, 2020